Ja, ein herzliches Hallo von Maka Talbello Völkl mit den Highlights zur Saison 2022-2023. Im Hause Maka hat sich was getan bei unserer bewährten Pin-Bindungen, Maka Alpinist und Maka Kingpin. Wir haben einen neuen Vorderbacken, sprich wir haben jetzt einen Gummianschlag plus breitere Standform oder Plattform und der Einstieg ist um 25 Prozent verringert worden, also die Kraft, die benötigt wird, wesentlich einfacher einstieg. Bei den Skiern, wie wir es schon kennen, die Rise-Linie funktioniert tadellos. Wir haben es ein bisschen grafisch abgedatet, aber wir haben nach wie vor unseren 3D-Radius drauf, das spezielle Smart-Skin-Clip-System, was die Fälle anbelangt und eine neuartige Klebertechnologie.